Musik Ich bin Reto Wüttrich, komme von Mecki Wiel und spiele beim Schweizer Örgli Quartett Torwurzel. Musik Speziell ist der Zusammenhalt, die Kollegenschaft, man ist verwurzelt und vor allem der Stil zieht sich über das ganze Schweizer Land. Wir bedeuten die Musik Heimat, Tradition, einfach Leidenschaft. Das Musik machen hat mir schon gefällt, aber es war auch eine schöne Zeit. Man hat auch für andere Sachen mehr Zeit genommen. Wir haben zuhause viel Musik gemacht und von daher war die Musik bei mir auch während dieser Zeit. Ich wurde Musiker einerseits aus familiären Gründen. Meine Eltern haben beide auch Schweizer Örgli. Man hat auf einmal mehr Interesse daran gefunden. Das Schweizer Örgli passt gut zu mir, weil zu den Stücken, die ich spiele, ich spiele vor allem im inneren Schweizer Stil, es ist auch so gestimmt nach dieser Art. Das Örgli hat für mich schon nur persönlichen Wert. Der Charakter von jedem Schweizer Örgli ist anders. Jedes hat gewisse Reize oder weniger. Musik Und das Instrument läuft und tönt und macht. Ja genau. Man legt Gas ab. Irgendwie ist das ein Runderschaft aus dem Lockdown. Und darum hat man den auch hier gespielt. Musik Musik Das Schönste am Livemusik machen ist eigentlich das Feedback der Leute, die man hat. Die Früge, die sie einem vermitteln können. Es macht dann schon mehr Spass, vor Leuten so zu spielen. Ich freue mich, wenn das Ganze durch ist und wieder richtig aufzuspielen können. Um die Leute und die Kollegen wieder mehr zu treffen und weiter zu rennen. Ja, das ist schon das, was ich am meisten messe. Einfach schon mit Musik verbunden, das Ganze. Das war's. Untertitelung. BR 2018